Yo, was geht? Hier ist Risiko Rico, mal wieder mit einem neuen Video. Schönes Live-Update am Sonntag, hier mit einer Nachtfahrt, damit man sich das triste und regnerische Wetter am Tage nicht antun muss. Und Nachtfahren ist ja auch immer mal schön. Kommt auf der GoPro leider nicht immer so gut rüber, da brauche ich auf jeden Fall noch einen ND-Filter. Aber den kann man sich in Zukunft auf jeden Fall noch organisieren. Naja, letzten Tage möchte ich schon mal meine Aussage zu dem Regenradar zurücknehmen. Es ist doch nicht so gut, wurde mir aber auch schon in den Kommentaren gesagt. Teilweise stand da nichts oder ich habe versucht dann so ein bisschen Touren zu planen und oi oi oi, da bin ich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes baden gegangen. War nicht so schön. Jetzt gerade fängt es sich ja wieder, es wird wieder besser. Heute jetzt am Sonntag, gerade so 20 Grad schon mal. Es ist schon mal ein Anfang, aber ich hoffe, dass es trotzdem noch viel, viel wärmer wird. Ansonsten weiß ich auch nicht, was ich da machen kann. Also meine Planung ist auf jeden Fall, wenn der Sommer jetzt, weil er ja noch nicht richtig da war, noch weiter auf sich warten lässt, muss ich auf jeden Fall irgendwie Urlaub im Winter machen. Irgendwohin, wo die Temperaturen gut sind und wo man sich auch irgendwie einen Roller mieten kann. Und da habe ich sehr viel Bock drauf. Was ich zum Beispiel so am heftigsten finden würde, was mich jetzt eigentlich gar nicht immer so gereizt hat, wäre zum Beispiel sowas wie Thailand, so Bangkok. Boah, ich da im Krieg im Großstadtdschungel. Das müsste so bocken, das müssten so geile Videos sein, ne? Da hätte ich so Bock drauf. Klar, kostet natürlich auch einiges. Das muss man sich natürlich dann auch mal, ne, gönnen. Aber man muss ja auch nicht immer das Teuerste holen alles. Man kann ja da auch viel sparen, so wie ich das von vielen Leuten gehört habe, dass man da auch günstig unterwegs sein kann. Also wäre die größte Ausgabe eigentlich nur für mich dann so der Roller oder Motorrad oder so an sich. Und der Rest könnte man auf jeden Fall günstig gestalten. Das wäre auf jeden Fall eine Überlegung wert. Oder halt sonst irgendwas, was attraktiv wäre über die Wintertage. So, keine Ahnung. Gran Canaria, Teneriffa, sowas. Da kann man ja auch super cruisen. Und die Temperaturen sind das ganze Jahr über sehr angenehm. Es sei denn, da kommt der Wüstenwind rüber. Dann ist es da sehr, sehr heiß. Das hatte ich ja vor ein paar Wintern auch. Irgendwie so ein Kalima oder wie das heißt. Hat da richtig, ja, die Temperaturen hochgefahren. Und da waren dann irgendwie im Dezember oder so auf einmal über 30 Grad. Das hat schon reingehauen. Und man durfte ja auch nicht so richtig raus wegen dem ganzen Sand in der Luft und so. Das war schon sehr kurios. Aber mal gucken, was man so macht. Ich hoffe natürlich, dass jetzt hier langsam wieder die Temperaturen ansteigen. Und man auch mehr in seiner Freizeit machen kann. Weil ich möchte halt schon nochmal raus und nochmal so ein paar Touren machen. Das wäre mir jetzt schon sehr, sehr wichtig, dass man, ja, die ein oder andere Unternehmung noch machen kann. Und da auf jeden Fall Daumen drücken. Ich will auf jeden Fall weiterhin nochmal rein in die City. Hamburg, man hat es vor der Haustür. Da passiert immer so viel. Aber wenn das Wetter halt so schlecht ist, da hat man halt nicht so Bock drauf. Wenn die Temperaturen dann aber wieder steigen, dann sehe ich mich da auf jeden Fall. Deswegen mal schauen, was das noch so bringt. Was mir auf jeden Fall viel bringt, ist immer mal ein Like oder Kommentar. Oder ein Abo. Ihr könnt ja mal einen Kommentar da lassen, was eure Urlaubsplanung betrifft. Für den Winter. Gibt es da irgendwelche Ziele, was ihr vorhabt, wo ihr hin möchtet? Oder wann ihr allgemein immer Urlaub macht? Das würde mich mal interessieren. Denn so die wirtschaftliche Lage hier in diesem Land ist ja auch, also ich kann ja nur von meinen Erfahrungen sprechen, es geht ja immer eher so den Bach runter. Und man muss sich natürlich auch wirklich Urlaub wirklich leisten können und auch leisten wollen. Und da gibt es natürlich viele, so auch ich, die dann eher sagen, ja gut, das mache ich jetzt eher nicht und spare dann halt. Ja, okay, sparen ist auch schon wieder schwer, man macht es ja eigentlich nicht. Aber dann spare ich mir den Urlaub und mache halt irgendwas anderes, weil einfach am Ende des Tages gar nicht genug überbleibt. Ja, könnt ihr mal Bezug dazu nehmen. Falls ihr ein paar Besserverdiener unterwegs seid, ne, könnt ihr mal raushauen, wie das so bei euch so aussieht, würde mich auf jeden Fall interessieren. Noch eine Sache für die, die wirklich Bock haben auf Roller und noch nicht die Möglichkeit hatten, sich einen zu holen, bei dance.co, da gibt es jetzt wieder irgendwie über meinen Link eine andere Rabattaktion. Ich habe mir das noch nicht so genau angeschaut. Ich habe ja jetzt letztens nur die Push-Benachrichtigung bekommen. Ja, wenn das für euch relevant wäre, kann ich den Link hier auch nochmal reinpacken. Dann, ja, spart man sich da, glaube ich, irgendwie einen Monat oder so. Ja, könnt ihr mal gucken, ob das was für euch ist. Gerade für die Leute, die wirklich direkt in der Stadt wohnen, da kann das wirklich relevant sein. Für mich jetzt so, wo man auch mal über Land fahren muss, ist ein 45er Roller wirklich nichts. Das ist mir jetzt halt auf jeden Fall klar geworden. Aber wenn du wirklich in der Innenstadt lebst, wo gefühlt eh nur stockender Verkehr ist und so, gönn dir, hol dir einen schönen Roller, probier das mal aus, ein, zwei Monate und dann kann man ja immer noch schauen, ob man den wieder zurückgibt oder nicht. Ja, das ist so mein Tipp für euch. Also, ich glaube, ich kriege jetzt dann mittlerweile, wenn man sich dann da auch anmeldet, einen Gratis-Monat dann auch. Also, ich denke mal, dass das wieder so eine Aktion ist. Das ändert sich ja auch immer ständig. Wenn da jemand Interesse daran hat, ist es ja auch für mich cool. Ja, für mich, ne? Ihr müsst ihn euch auch nicht holen über meinen Link. Also, mich juckt das wirklich gar nicht. Es ist einfach nur eine Empfehlung. Weil, ja, ich glaube, wenn ich so gucke, was so in den letzten Tagen mit den Klicks und so bei mir passiert, das Zweirad-Ding, das ist für viele interessant. Und solange dieses Wetter hier alles noch so bleibt, kann man das ja mal einfach antesten und dann überlegen, ob man vielleicht sich im nächsten Frühling oder so selber einen schönen Roller 125er oder wenn man einen größeren Führerschein hat, einen richtig schönen Piaggio Beverly oder so kauft. Weil dann bist du wirklich der King on the streets. Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, ich verabschiede mich mal in den Sonntag. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir sehen uns und hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.